Das Wort zum Fussball von Bülent Schelan als der Harra. Hallo Trierer! Schön, dass ihr da seid. Immerhin ist Eintracht Trier besser als Eintracht Prügel. Der war gut. Und mir Waldhöfer habe ich damals 2010 extra um die Lizenzverweigerung gebetet, damit ihr drinbleiben könnt. Ich spiele inzwischen nach dem System Rubex Cube. Das heißt, der Trainer würfelt die Aufstellung aus. Warte mal. Ich kriege mich wieder. Egal. Vom Fussballgott sind wir alle gleich. Und deswegen denke ich, ich glaube, es wird ein Spitzenspiel. Waldhof! Uuuuuh!